Aron! Ich lerne mal, warum ich noch einen einzigen Brief von dir bekommen habe. Weg! Das finde ich aufregend. Gleich erstrahlt meine Oberlippe im selben falschen Blond wie meine schwöne beste Freundin. Bang! Schaden, das Restaurant ist ja romantisch. Ratsch hab ich ausgesucht. Oh, ich bin hier! Figury. Das ist abgefahren, das gefällt mir. Oh, das freut mich, denn heute geht das nur um dich. Das ist verrückt, hm? Schaden, wie konntest du das tun? Das ist unser zweiter Jahrestag. Das hab ich nicht gewusst. Kellner, eine Flasche Champagne und drei Gläser. Schätzchen, kann ich heute Abend mal das Mädchen sein? Ja, sieh dir dein Spiel an. Ich mach dir einen Teller zurecht. Danke sehr. Der Nachtisch ist angerichtet. Ich hatte gerade ein Stück Obstkuchen. Was willst du? Ich denk, du bist bei Sheldon und Engel. Da war ich, aber ich wollte nicht das fünfte Date sein. Da dachte ich, ich besuche dich und Benni bei eurem Weg. Big Bang Theory, die komplette sechste Staffel. Jetzt auf Blu-Ray, DVD und als Download.